Ihr Vater hat mal gesagt, Franz Josef Strauß, wir müssen Alternative sein, nicht nur Variante. Stimmt. Ist das möglicherweise der Grund, warum im Augenblick die AfD eher Zuwächse einfährt und die Union jetzt so bei 26, 28 Prozent liegt? Wird sie als Variante gesehen? Also ich glaube, dass die Union und ich glaube, dass der Friedrich Merz eigentlich die Intention auch hat, dass wir klar formulieren und dass wir uns nicht durch einen, ich nenne es mal Mainstream, vereinnahmen lassen. Was man den Grünen neidlos anerkennen muss, ist sie haben es geschafft, mit Hilfe einer weitreichend vernetzten Struktur von Nichtregierungsorganisationen sozusagen die moralische Seite auf ihre Seite zu bringen. Wir sind moralisch gerechtfertigt. Und dann so Sehnsuchtsvisionen hervorzurufen von einer heilen Welt, die entstehen würde, wenn man dies oder jenes tut. Ich kann nur deutlich sagen, mein Vater hat mal so schön formuliert, wir müssen auf dem Boden der spröden Fakten der Realität agieren. Weil die Welt ist kein Traum und die jetzige schon gleich gar nicht. Wenn man sieht, wie viele Autokratien entstehen in dieser Welt, wenn man sieht, wie die BRICS-Staaten sich zusammenschließen, wenn man sieht, wie viel Europa, nicht nur qua Bevölkerungsgröße, wo wir immer mehr minimiert werden, wir werden im Schluss nur zwei Prozent dieser Welt sein, sondern auch von den Entscheidungsfindungen uns zu weit weg bewegen, dann ist das, was die Grünen mal früher propagiert haben, und jetzt erinnere ich an meinen Vater, mein Vater hat Handelsstrategien propagiert. Freihandel ist die Möglichkeit, für uns Unabhängigkeit und Freiheit zu erreichen, nicht abhängig zu sein von einigen wenigen Staaten, die zuliefern. Uns frei zu machen davon, dass wir nur einen oder zwei Lieferanten haben. Wir brauchen immer fünf, sieben, acht, neun, zehn Lieferanten für die Dinge. Also wir müssen diversifizieren, wir müssen uns, mein Vater hätte sich einer modernen Welt, der würde heute in der Welt umeinanderreisen, das schwere ich Ihnen, der würde von einem Staat zum anderen reisen, mit dem wir gemeinsam Freihandelspakt schließen würden, weil die Welt heute, sie ist eine Weltweite, und wir müssen uns dem stellen und können nicht glauben, dass wenn wir bei uns alles verbieten und abschließen, dass dann der Rest der Welt das auch macht. Die werden uns nur folgen, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, wenn wir umweltmäßig erfolgreich sind, wenn wir beweisen, dass wir Klimakrise lösen können mit neuen Technologien. Wir werden das nicht lösen, allein mit Bürgergeld, wir werden das nicht lösen mit Umverteilung von Geldern, sondern wir müssen endlich wieder auf die Spur kommen, dass wir wettbewerbsfähig den anderen Respekt abnötigen. Und nicht, dass die auf uns gucken und sagen, nicht mal Brücken können sie mir bauen, nicht mal Flughäfen können sie mir bauen und die Bahn fährt auch nicht. Das wäre eine interessante Überlegung wert, wie es wäre, wenn an der Spitze von CDU und CSU zwei Hobbyflieger zugange wären. Respekt, dass Friedrich Merz das kann, auch wenn er dafür veräppelt wird. Es ist eine pragmatische Art und Weise, manchmal schneller von einem Fleck zum anderen zu kommen. Ist es eigentlich Fluch oder Segentochter von Franz Josef Strauß zu sein? Sie sprechen es selbst relativ häufig aus, insofern scheint es kein Trauma zu sein. Nein, überhaupt keins. Also mein Vater und ich, wir hatten ein tolles gemeinsames Verständnis. Ich habe mit meinen Eltern eine, muss ich sagen, blicke da ernsthaft dankbar zurück darauf. Die haben mir den Rücken gestärkt, die haben mich unterstützt. Mit meinem Vater konnte ich richtig diskutieren. Das Einzige, was schwierig war, das erzähle ich dann immer, wenn ich mit was gekommen bin und war so noch so ein bisschen unausgegoren, dann hat er mir erst mal fünf Bücher in die Hand gedrückt, die ich lesen sollte, damit ich auch wirklich kundig bin. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich zwei Eltern hatte, die wirklich hinter mir standen. Ansonsten hätte ich vielleicht auch manches, was da so in der Zeit der Politik auf mich zukam, nicht so durchgestanden. Mein Bruder Max ist es schlimmer ergangen, für den war es viel schwerer. Was die Bürde ist oder die Last, die Sie ansprechen, wenn man Tochter von Franzose Strauß ist, ist nicht Franzose Strauß. Ich durfte immer frei denken, mich frei äußern. Man muss aber sehen, dass wir in Kindheitsjahren, Erlebnis vielleicht Nummer eins, das war in den 70er Jahren, ich habe in der Früh mein Kinderzimmer verlassen, mittags stand meine Mutter mit dem Auto draußen und sagt, ihr könnt nicht mehr heim. So, Terrorismuszeit. Eure Sicherheit ist mehr gewährleistet, wir wurden alle drei in alle Himmelsrichtungen verteilt. Ich habe acht Wochen lang mein Zuhause nicht mehr gesehen. Und deshalb bin ich zum Beispiel gerade jemand, die solche Radikalisierungen und Extremismusbewegungen, ob es der Bahnanschlag ist oder ob das rechtsextremistische Bewegungen sind, mit ganz großem Misstrauen und mit auch innerer Wut verfolgt, weil ich sage, wir müssen den Weg nach vorne aufzeigen. Insofern teile ich ihre Meinung mit, nicht nur markant, sondern wir müssen innerhalblich zeigen, dass wir diejenigen sind. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Als zweites aber Erlebnis. Mein Bruder Maxus Strauss wurde zwölf Jahre lang, wirklich, ich sage es jetzt inzwischen fast politisch verfolgt, er wurde durch einen Prozess gezwungen, in dem am Schluss sich seine Unschuld herausgestellt hat. Zwölf Jahre lang. Er hat sich nie wieder davon erholt. Das wäre nie passiert, wenn er nicht Sohn von Franzus Strauss gewesen wäre. Und bis heute erlebe ich, dass ich in automatische Verdächtigungen bei manchen linken Journalisten komme. Darum reagiere ich da auch auf manche Dinge vielleicht etwas anders als andere, weil ich es inzwischen leid bin. Wenn manche Journalisten, die so automatisch wie im Pavlovschen Reflex auf die CSU regieren, wie in den 70er Jahren und sagen, die müssen wir irgendwie kleinkriegen und sich da eher als parteipolitische Hilfe für die Grünen oder für die Sozialdemokraten verstehen. Das ist für mich nicht akzeptabel. Man muss auf dem Boden der Fakten bleiben. Insofern kann es auch manchmal Last sein, so Pauschalverdächtigungen. Aus feministischer Sicht ist es ja immer ein Makel, wenn man Tochter oder Sohn von ist. Also insofern... Das ist jetzt nicht meine Sicht, weil ich bin gern die Tochter von meinem Vater und ich bin gern die Tochter von meiner Mutter. Und ich halte es für nicht feministisch, wenn man Respekt vor seinen Eltern hat und auch dankbar ist für das, was sie einem mitgegeben haben und was sie einem im Leben geholfen haben. Und ich muss sagen, meine Mutter hat mir wahnsinnig viel geholfen und die Gespräche mit meinem Vater auf vielen Reisen oder gerade nach dem Tod meiner Mutter, da habe ich viel gelernt, sehr viel gelernt und dafür bin ich dankbar.